Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Heute ist Freitag, der 29. und tatsächlich musste ich kurz gucken, ob es wirklich der 29. ist, damit es mir nicht wieder passiert, dass ich mich im Tag vertue, was ganz gerne mal passiert, wenn man so auf Reisen ist, verliert man das Tagesgefühl. Oder vielleicht liegt es auch an der Selbstständigkeit, ich kann es nicht, vielleicht ist es, ja es ist vielleicht auch ein Mix aus beiden, aus der Selbstständigkeit, wo man sowieso jeden Tag irgendwie was zu tun hat und auch ich ja durch die Community, durch die Facebook-Gruppe ja immer wieder zu tun habe. Genau, somit ist es für mich relativ uninteressant, welcher Wochentag ist. Und ja, deswegen, ich musste kurz nachschauen. Ja, heute Freitag, der 29. Normalerweise wäre es so, dass früher, vor einem Jahr, hätte man sich sicherlich noch irgendwas vorgenommen und herausgegangen. Aber leider ist das ja noch nicht möglich. Aber gut, ich habe viel tatsächlich heute nachgedacht durch die Folge gestern, die ich aufgenommen habe. Das hat nochmal einiges bei mir ins Rollen gebracht. Zu überlegen, ja, was will man eigentlich in Zukunft? Was sind Visionen für die Zukunft? Und bin leider immer wieder da stehen geblieben, wo dann diese, ja, wo die Pandemie dann mir an die Quere kam. Ich bin jetzt nicht ein super mega durchgeplanter Mensch. Aber ich mochte schon ab und zu ein wenig Struktur haben. Es ist tatsächlich was Schönes. Aber eins haben wir, glaube ich, alle durch letztes Jahr gelernt oder ich auf jeden Fall, dass es mehr als ein paar Tage im Vorausplan einfach wirklich nicht möglich ist und eigentlich auch keinen Sinn macht. Situationen können sich so wahnsinnig schnell verändern, dass wir, ja, so schnell kann man gar nicht schauen. Und somit machen irgendwelche Ideen, Pläne, irgendwas, was man sich gedacht hat, was man gerne machen möchte. Eigentlich kann man das gar nicht irgendwie, man kann es nicht planen. Und das ist ein verrückter Zustand eigentlich. Auch ich weiß ja nicht, wie dieses Jahr aussehen wird. Normal würde ich sagen, ich bin einfach das ganze Jahr unterwegs, genieße meine Zeit, mache im Sommer zum Beispiel in Deutschland 1-2 Treffen mit den Van Love Girls. Aber es ist einfach überhaupt nicht möglich, in diese Richtung zu denken. Hier gehen zum Beispiel gerade auch in Spanien die Zahlen wieder nach oben und ich merke, wie das innerlich in mir, obwohl es mich nicht direkt betrifft, aber schon auch Stress auslöst. Und total unterschwellig sagt mein System dazu, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dieser Stress, den haben wir alle jetzt bald ein Jahr. Und ich bin schon ganz gut da drin, im Hier und Jetzt zu sein. Und merke auch, dass ich da einen guten Entwicklungsschub nach vorne gemacht habe. Aber es ist trotzdem wirklich, muss ich jetzt mal so sagen, auch wenn das vielleicht immer so wirkt, als würde es mir total leicht fallen. Es ist nicht leicht. Es ist auch gerade für mich nicht leicht, weil ich habe zum Beispiel gestern mit einer Freundin darüber gesprochen, die Zukunft der Van Lifer. Und ich sage, es wird sich einiges verändern. Und das Schlimme ist, dass ich überhaupt nicht greifen kann, was. Ich versuche da ganz doll im Vertrauen zu bleiben. Ich möchte kein Mensch werden, der sich die ganze Zeit darüber aufregt und irgendwie sagt, wir sind verloren und das macht alles keinen Sinn mehr. Das kann ich überhaupt nicht leiden, weil ich eigentlich ja wirklich der Optimist bin. Aber ich merke jetzt auch so in dieser Zeit, dass es auch mich immer mal wieder erwischt, nicht so optimistisch zu sein. Dass es mir wirklich Sorgen macht, dass ich klar auch mich in meiner Freiheit zwar eingeschränkt fühle, also schon, also für uns als Fulltime-Van-Lifer vor allen Dingen, also die, die in ihrem Bus leben, ist diese Corona-Zeit natürlich auch eine besondere Zeit, weil wir sind so oder so schon die ganze Zeit ziemlicher Graubereich. Und ja, das macht, also die Pandemie macht das Ganze jetzt tatsächlich nicht einfacher. Was das für uns in Zukunft bedeutet, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Also da gehen die Gedanken auch in alle Richtungen. Ich versuche da natürlich für mich im Vertrauen zu bleiben, stelle aber auch immer wieder zwischendurch fest, obwohl ich so ein positiver Mensch bin, dass es auch mich packt und ich, wie könnte man es sagen, ja so ein bisschen schwarz sehe. Was sehr schade ist, weil das eigentlich gar nicht mehr meiner Natur entspricht, so zu denken. Aber ich weiß, dass das eventuell jetzt gerade einfach mit dazugehört, weil das, was wir alle erleben, ist eben ein großes, ein großes kollektives Traum. Und wir wissen, also es gab noch nie diese Form eines Virus, der weltweit gegriffen hat. Und es gab auch da noch nie in der Form etwas zum Beispiel, was man dagegen machen konnte früher, also wie jetzt zum Beispiel diese Impfung. Wir haben alle keinen, wir sind nicht geschult da drin. Und wir haben auch leider, also ich zumindest ganz oft, keine Strategie, um mir, ja, um mir da Sicherheit zu schaffen. Außer, dass ich für mich immer wieder ins Vertrauen reingehe. Und auch, wenn das ja alles für viele immer so locker fluffig wirkt und alles total happy und so, dem ist eigentlich nicht so. Und dieser Podcast soll eben auch genau dafür da sein, nicht die ganze Zeit nur über Happy Van Life zu berichten, sondern eben auch um diese, dass diese Bedenken mal so ein kleines Sprachrohr bekommen. Ich, ja, das ist mir irgendwie wichtig, das auch mal aufzugreifen. Auch wenn ich euch super gerne irgendwie jede Folge hier was mega Positives berichten würde, geht es eben in diesen Zeiten auch nicht. Und ja, ich mache mir Gedanken und ja, ich habe keine Ahnung, wo das hier alles hingeht. Und auch zum Beispiel, wie die nächsten Wochen hier in Spanien verlaufen. Wer weiß das schon? Dürfen wir noch länger hier stehen oder werden wir auch natürlich irgendwann weggeschickt? So, was macht man dann? Fahre ich dann wieder zurück nach Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Und zwischenzeitlich stresst mich dieser Gedanke natürlich auch. Dass ich hier stehe, in Spanien ist wunderschön. Ich liebe es. Ich berichte euch gerne hier vom Strand. Wer mir auf Instagram folgt, sieht auch die Bilder, die ich gerne poste vom Wasser und vom Strand. Und ich weiß total, welche Sehnsucht das in euch zu Hause einfach auslöst. Das ist mir total bewusst. Aber ich weiß auch, dass das schwierig ist. Und glaubt mir, wir sind hier, also vor allen Dingen die Dauer-Van-Lifer, das sind ja hauptsächlich quasi hier Leute, die nicht nur mal für drei, vier Wochen hier sind, sondern eben komplett überwintern oder einfach dauerhaft in ihrem Vansleben. Wir haben halt alle irgendwie Sorge. Auch wenn gerade dieses Völkchen, der Nomaden eigentlich ziemlich gut mit Unsicherheiten umgehen kann, dieses Leben, was man so führt, hat halt ziemlich viele Überraschungen immer wieder parat. Aber es ist natürlich auch eine besondere Herausforderung. Und auch wenn ich es total gern hätte, dass mir die ganze Zeit die Sonne aus dem Arsch scheint, tut es das natürlich nicht. Und mir das einzuräumen, mir selber auch. Und zwischendurch diese Tage, die ich eben auch hatte, was ich ja auch schon angesprochen hatte, einzuräumen und mir da auch selber mal ein bisschen Luft zu geben. Damit quasi einen neuen Umgang zu finden. Und ich merke halt, dass quasi ich auch jeden Tag, ja, tatsächlich jeden Tag irgendwie einen neuen Umgang damit lerne. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwann an einem Punkt steht und sagt, jetzt habe ich die gesamte Situation verstanden und jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Nein, nein. Das formt sich tatsächlich jeden Tag neu. Und das ist eigentlich das Spannende und wiederum auch sehr Anstrengende gerade am Leben. Ich kann es nicht anders sagen, ihr Lieben. Ich würde euch gerne etwas anderes berichten. Und ja, ich bin trotzdem vorgemutet. Definitiv. Ich bin sehr wertschätzend, dass ich hier gerade stehen darf, dass ich jeden Tag am Meer spazieren gehen darf, weil ich weiß, dass das mir einfach so wahnsinnig gut tut. Aber natürlich wissen auch wir hier nicht, wie lange das noch gut geht. Und sobald es da Maßnahmen gibt, bin ich ja auch weg. Also sobald es irgendwie heißt, ihr dürft hier nicht mehr sein, möchte ich dann natürlich auch nicht mehr hier sein. Aber wir werden sehen. Ich darf mich da auch selber immer wieder so ein bisschen in den Arsch treten, nicht zu sehr negativ zu denken manchmal. Oder zumindest in so Phasen nicht da so reinzurutschen. Ja, heute ist wieder ein sehr düsterer Tag hier vielleicht. Auch deswegen diese Folge. Aber auch das gehört eben auch mit zum Vanlife. Ich glaube auch, es ist ein sehr großer Unterschied, ob man jetzt wirklich, und das habe ich ja schon öfters angesprochen, ob man eine Zeit lang unterwegs ist. Da reist man wirklich anders mit einem Van umher. Wenn man aber zum Beispiel diese Form hier gewählt hat als Lebensmodell, also wirklich da drinnen. Ja, das zu leben, es ist zwar sehr viel Unsicherheit und so oder so mit reinprogrammiert, aber natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie auch, ist es eine ganz besondere Herausforderung. Auf jeden Fall. Das kann man alles andere Werke loben. Das ist Fakt. Ihr Lieben, das ist heute keine lange Folge. Das hat aber einfach auch den Grund, dass wir uns gleich mit der Community treffen. Ich habe heute ein Live sozusagen bei uns in der Facebook-Gruppe. Darauf freue ich mich, gleich mit den ganzen Mädels endlich mal wieder in Kontakt zu kommen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich aus dieser sehr persönlichen Sichtweise. Ich hoffe, einige verstehen jetzt noch mehr dieses dauerhafte Vanlife, dass es eben nicht die ganze Zeit nur bedeutet, in der Sonne zu sitzen, sondern es auch andere Herausforderungen gibt. Oder ausreichend Herausforderungen, selbst wie wenn man einen ganz normalen Alltag hat. Gut, ihr Lieben, kommt alle gut ins Wochenende oder je nachdem, wann ihr das hört. Habt einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Ich freue mich, dass ihr weiterhin meinen Podcast so lauscht und dass die Zahlen der Hörer immer weiter nach oben geht. Und mich macht es wirklich sehr, sehr glücklich zu sehen, dass da Menschen quasi täglich mir lauschen. Ich finde, das ist ein absolutes Wunder. Und das meine ich ernst. Ich finde es so, also irgendwas muss ich ja haben, sozusagen, dass ihr mir immer wieder lauscht. Und ich finde es ganz toll, wirklich. Ich wollte dafür einfach mal wieder Danke sagen, weil ich das definitiv nicht als selbstverständlich ansehe, dass mir so viele Menschen lauschen, meinen Worten. Ganz toll. Ich danke euch. Und ich kann nur immer wieder sagen, wenn es euch gefällt, teilt gerne den Podcast. Ich freue mich natürlich, wenn ich noch mehr Menschen damit erreichen kann. Und genau, ihr habt immer die Möglichkeit, mir Feedback oder Fragen zu schicken. Und genau, morgen kann es passieren, dass ich wieder ein Interview online stelle. Aber das werdet ihr dann sehen. Also dann, ihr Lieben, bis morgen. Bis zum nächsten Mal.